Hallo und herzlich willkommen bei RedDocGamble. Ich bin natürlich auf dir nach dem Ticket und heute haben wir das Spiel U-Casino Slots. Viel Spaß! Und dann sicher aufstehen bei der Klose, was ich komme. 2 Millionen, Gott sei Dank, weil ich hab da kein Geld mehr. Sieht nämlich ziemlich mager aus mit meinem Geld. So, ach ne, ich hab 78 Millionen. Hab ja doch ein bisschen Geld. Ich dachte, ich hätte weniger. Schon lange nicht mehr gespielt. Special Delivery from HUGE. This is your new HUGE Vault. Start saving chips with every spin. Okay. Ah, wir haben einen Workout. Ready? So, das sind die Club-Quests, die ich habe. Zweimal 5 of the card. Schauen wir aber erstmal die Lotterin. Schauen wir, wie viel Geld wir bekommen. 90.000. Nice. News. News durch Zappen. Okay. Belohnung in 12 Minuten und Kassier. Sound viel weg. Hm. Dann gehe ich jetzt mal auf Community. Und. Nein. Community nicht. Die Lotterie war ich gerade. Überspringen. Ach, ich bin in gar keinem Club mehr drin. Ich wollte schon wieder gekickt. So, eine Schweine. Dann gehen wir doch mal in einen Club rein. Jeder kann beitreten. Dann dreht man hierbei. Dann dreht man hierbei. Größertig. Gut. Club-Events. Ich muss spielen. Toadless. Für mich. Mindestens 53.000 Einsatz. Runterladen. Spielen. So. Einmal drehen. Erhöhen. Und Auto-Drailer entscheiden. Schmierbeck, die Musik? Schmierbeck, die Musik? oder ist das Mikro-Kraftboot? Nö, steckt alles drin? komisch, komisch na egal ähm ich suche ein 5 of the kind oh, oh, oh oder das, Freespin ist auch gut ist das ein ganz normaler Freespin? passiert nichts anderes? schade ein dickes Loh ich möchte einen 5 of the kind gibt's nicht ich kriege keins oh, 3 muh ein 1 ein 2 2 3 9 1 2 2 3 3 3 5 6 2 Drei Und wieder Freespill War noch nicht mehr so Sound schon wieder weg? War noch nicht mehr weg gewesen Nice, nice Bequem Es war aber kein Pfeif auf der Gart Und schon wieder Ob ich das jetzt erhöhe, geht nicht Das wäre ja witzig gewesen Das wäre ja witzig gewesen Ach ne, das gibt es doch nicht. Ach, kostet Geld. Ne, das lass mal. Wieder ein Fliesbien. Das ist doch mal ein Nullis. Davon gibt es viel bei diesen Dingens hier. Aber so richtig groß gewinn habe ich noch nicht gemacht. Und Zornführerik. Nice. Spenden. Spenden. Ah, ich habe ihn auf 32% schon gebracht. Und das ist nice. Aber ich habe ihn noch nicht. Den Five of the Kind. Einmal drehen. Erhöhen. Und zack. Oder hat er schon den Five of the Kind? Ich denke nicht. Da vier. Hm. Der Sound ist wieder da. Was ist denn so? Zweimal. Five of the Kind. Wurst kommt schon. Sound wieder weg. Hier war mein Headset raus. Hier auch. Also es liegt nicht an meinem Headset. Es liegt irgendwie am Spiel. dass der Sound immer wieder verschwindet. Ich habe gleich 100 Millionen. Big Quill. Megavill. No Big Quill. Okay. Big Quillen gibt es hier viele wahrscheinlich. Aber ich brauche 5 of the Kind. 5 of the Kind. Plus. Komm schon. 4. 4. Da fehlt einer. 5 of the Kind. Ja. 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 Das ist gut. Ja. 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 Das ist gut. Ja. 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 Achtung, RZ kommt rein, Abfrage. Schon wieder weg, der Sound. Verrückt, dann hört ihr ja auch nicht. Dann hört ihr es ja auch mal, Sound da, Sound weg, Sound da, Sound weg. Katastrophe, oder? Noch einen Pfeif of the Kind, dann bin ich für heute fertig. Naja, die eine Quest. Hier gibt es auch keinen Joker, bei diesem Spielautomat. Kommt schon, kommt schon. Und? Freespin? Nein. Ah, nur drei. Drei. Freespin? Jawohl. Und? Noch nichts gewonnen bei Freespin? Eine Nullnummer bei Freespin? Gibt es doch nicht. Eine Nullnummer? Das müsste auch extra belohnt werden, normal. Drei Stück. Und hier, auch drei. Freespin? Jawohl. Pfeif, pfeif. Und zahlt wieder weg. Das ist auch schön, oder? Sound da, Sound weg. Ach, drei. 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 Hätte auch fünf sein können, ja? Jetzt geht mein Geld weg. Und, Freespin? Nein. So, es kommt noch einmal, Pfeif, auf der Karte. 70, auch nice. Oh, 71. Drei Stück. Wieder drei. Wieder drei. Wieder drei. Drei. Auch wieder da. Kommt schon, noch einmal, Pfeif, auf der Karte. Genau, einer. Oh, ich hab jetzt die Prozene bekommen. Hier war gleich, wenn ich jetzt... Okay. Drei. 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 3, sogar 4 einmal, 3 und Freespin, leider nicht, 3, ich hätte schon längst aufhören müssen, 3, aber ich möchte noch einmal Pfeifeaufigkeit haben. Und Freespin, jetzt, jawohl. Drei. Drei. I didn't have any. Ok, Training zu Ende. 100 Millionen habe ich. Dann schauen wir mal kurz, was ich alles gekriegt habe. Einmal gehen wir in den Club rein. Events. 44% habe ich geholt. Für dich, für den Club. Nice, nice, nice. Ich bin auf Platz 2. Hm? Jetzt sind schon 10 Leute drin. Gut. In 3 Stunden endet das Event. Eine Erhöhung. Juhu. Dann gehe ich jetzt in eine Lotterie rein. Römer oder Stil 4 Gratis Dinger. 5 vielleicht kriege ich noch ein. Juhu. 90.000. Nice. Dann einmal die Packung eröffnen. Zapp. 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 Neu neu. Zwei neue. Das ist schön. Wie ist da eine neue? Ach, wir sind beide neue. Wir spielen beide Basketball. Wie viel habe ich denn von den Haaren? Lass mal schauen. Wollen wir Meister da? Dann werden wir probieren erstmal den einen fertig zu machen. Fußball. Ah, ich habe nur neun. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war es dann für heute. Der Escape kann ich jetzt nicht beenden. Noch einmal die Belohnung nehmen. Alle 15 Minuten. Neuling. Ich bin auch ein Neuling. Na gut. Dann. Eine Milliarde schon. Bei Blackshade 12.000. Roulette 30.000. Bucket 12.000. Ich habe mehr verschenkt, als ich bekommen habe. Naja. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Ja. Beenden wir das Spiel. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal überall seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann.